Halli, hallo, ihr Nasen! Ich wollte mal ein kurzes Status-Update von mir geben, denn die nächsten Tage kann es sein, dass die Videos ein wenig zurückgehen in der Masse. Ich werde mich da jetzt mit dem Montags-Horror ein bisschen retten, dass der jetzt jeden Tag 12.30 Uhr kommt, anstatt ein reguläres Let's Play. Eigentlich wollte ich ja jetzt mit To the Moon anfangen, aber das muss erstmal nach hinten rücken, denn ich hatte jetzt die letzte Woche und werde auch diese Woche noch sehr viel mit der Arbeit zu tun haben. Das hat einfach mal Vorrang. Es sind noch ein paar Dinge im Hintergrund, um die ich mich kümmern muss, wovon ich jetzt noch nichts verraten will, weil es auch sein kann, dass das alles gar nichts wird und dann will ich es am liebsten gar nicht erwähnt haben. Auf jeden Fall bin ich gerade sehr beschäftigt zurzeit und komme nicht so richtig dazu, ich sag mal ein reguläres Let's Play aufzunehmen wie To the Moon. Darum werden wir uns jetzt mit dem Montags-Horror ein bisschen helfen. Der wird jetzt nicht mehr 18 Uhr rauskommen, sondern immer 12.30 Uhr. Es kann auch sein, dass mal ein Tag gar kein Video kommt oder zwei, weil ich es gerade einfach nicht schaffe, genug Content aufzunehmen. Ich hoffe, das könnt ihr alle verstehen und wenn nicht, denn ja, selber schuld. So, bis später. Ciao.